Und ihr auch, Pablo, gell? Happy International Towel Day, schön. Darum ist der GEPP heute. Wenn ihr euch jetzt gerade fragt, mit wem wir reden, Jonas, wer ist Pablo, kläre ich euch gerne nicht auf. Und zwar hat Pablo von Tapir Filme sich dieses Jahr bereit erklärt, uns an unserem legendären Tischtennis-GEPP zu begleiten. Und das hat auch einen speziellen Grund. Und zwar haben wir geplant, dieses Jahr aus dem GEPP einen dreuteiligen Dock zu schneiden und den Verlauf des Jahres hochzuladen. Das ist auch der Grund, warum der 10-jährige Tischtennis-GEPP-Flog ein bisschen kürzer ist als letztes Jahr. Aber jetzt viel Spass beim Weitersehen. A, B, C. Das sind doch Männer. Niemand verliert seine Ehre. dann Entspanieren table Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ah, mein Gott, ey. Nicola? Die Wende. Die Wende. Ich habe gesehen, du hast Fans bekommen. Das bringt natürlich extrem gerade Aufwind. Fans, dann gibt man manchmal extra 10%. Die haben teure Eintritt gezahlt, dann muss man auch etwas bieten. Das meinte ich, ich bin noch voraus, aber ich wüsste die genaue Zahlen gerade nicht. Ich glaube 9,5,4. 9,5,4. Also solid. Man muss an sich glauben, egal was man für Fähigkeiten hat, was auch immer, einfach den Glauben nicht verlieren. Be practicieren. Okay. Und dann beauty. Musik Ich spüre ein Frierenbeetzchen, merkt man es. 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 Ich spüre ein Frierenbeetzchen. Ich spüre ein Frierenbeetzchen.